In Valencia habe ich viel mit Geschäftsführern von Integra 2 gemacht. Allgemeine Bürostätigkeiten, sagen wir so. Unterstützung, Dokumentüberprüfung, zum Lager schauen, solche Sachen einfach. Meine größten Lehrlings waren eigentlich Sprache. Da habe ich wirklich von Null begonnen mit Sprachen. Und man lernt natürlich viel besser vor Ort als da in Österreich. Geh über deine Grenzen! Die Grenzen! Kommei! Die Grenzen!